Welche Energien auf Sie warten oder Sie beeinflussen? Rosalinde Haller verrät es Ihnen. Montag, der 7. September. Heute ist noch die gleiche haltbare Energie wie gestern. Heiraten ist ja Montag weniger gefragt. Sie könnten die Energie aber für einen Neustart eines Geschäfts oder eines Jobs nutzen. Machen Sie heute Ihre nötigen Hausarbeiten, denn alles wird rasch sauber und glänzt sehr schön. Auch eine Autowäsche wäre empfehlenswert. Es wäre auch gut, Kompost umzusetzen, Wurzelgemüse und Kartoffel einzulegen. Ein Besuch im Kosmetikinstitut oder beim Schönheitsarzt, um aufzuspritzen, eine Gesichtstraffung vornehmen zu lassen und auch ein Hautbilling würde heute gute Erfolge bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.